Entlang der Aubergine schön alle anderen Sorten von Gemüse. Nein, 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 nicht so klein, nicht so klein, nicht so klein. Ach, Schatz. Breite, Entschuldigung. Halb. Ja genau, halb ist super. So, das legst du da jetzt hin. Ja, aber das sieht blöd aus. Grün auf grün ist doof. Ja, dann mach halt noch eine rote oder eine gelbe ist eine Ruppe. Oh, Baby, bitte. So fächerartig. Schatz, mach doch mal bitte die gelbe Paprika entlang der roten Paprika. Das ist doch gar kein Fächer, was ist denn bei den Fächer, hauf mich anzuschreien, sonst rückst du auf dem Wasser. So, so. Nein, mach doch mal die Zucchini unter die gelbe Paprika. Die Zucchini und die Zucchini. Das ist die Zucchini. Das ist die grüne Paprika. Was willst du von mir? Dann nimm die grüne Paprika. Ja, wenn du nicht weißt, was es ist. Nimm die grüne Paprika. Wohin? Unter die rote Paprika. Unter die rote? Da ist doch noch Saucenspiegel. Boah, die dreht durch. Die Franziska dreht komplett durch. Mach es selber. Ohne Witz, mach es selber. Ich bin jetzt glaube ich mal im Buzzer, ey. Ohne Witz, also, was ist das denn hier?